Ach du bist auch so ein Häh? Okay Was kauf ich mir denn? Items So, Kins, der ist erstmal gekauft Dead hab ich auch erstmal gekauft, jetzt gehts los Ich steh erstmal noch krass rum Jetzt gehts los Ich hab gehört, es geht los Na, in einer Minute Warte mal, wo mach ich nochmal den Buff? Drei, ne? Welchen Buff? Achso Okay Okay, 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 okay Boah, einmal von der Seite so einen Gegner wegschlitzen bevor er anfängt Mach doch Frontal auf die drauf Warum glüht denn Janus so? Weiß nicht Ich hab vielleicht so viel Chili gegessen Oh, okay Activate Support Form Activate Damage Form Activate Support Activate Support Support Form Oh Activate Support Form Activate Support Form Bitter 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 Bitter, Bitter, Bitter Activate Support Form Schwieht Ach shit, tot Wäre denn nicht noch in den Tower gegangen? Dann hätte ich schon getodet Guck ja, wie viele Leben die an den Tower haben, ist das doch echt ein Witz Tschüss Tschüss Ich glaub dann muss einer Jurock machen Könnte gut sein, oder? Aber ich muss erstmal Activate Support Form Na aber auf kurse ist doch mal job Ich würde gerne in den gelühenden Janus töten Ich auch Der hat zu wenig Leben Dann ist er da wieder zu viel Nö Der Gegner hat nie zu viel Leben Er hat nur noch zu wenig Damage Aber Activate Support Form Man kommt da halt auch nirgendwo rein, wenn die immer hinter den Tower stehen Ja Oh Oh, falsche Richtung Okay, du warst irgendwie in der Luft Ja, irgendwas Ich glaub er ist grad gesprungen, als ich meine Ulti gemacht hab Ich glaub er wurde hochgehoben Oder sowas Everything is awesome Everything is cool when you Bester Lego Film Brabe, ich hab ein Kill Everything is awesome Loki main hat wieder zugeschlagen Everything is awesome Ja 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 Nee, doch nicht Pfff Aaaaah Neee Pissnake durch Ich mach schwedisch da Ja 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 Vorwärts, ruckwärts, ruckwärts, ruckwärts Ruckwärts Ach, wenn der Tower doch nur schon weg wäre. Ja gut, der Manny ist alle tot. Hä? Was ist doch dahinten? Nicht dahinten. Oh. 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 Boah, der hat da ganz wenig live da hinten. Ja. Bin ich lange genug unsichtbar, um die zu töten? Oh, viel zu viele Ultis. Offenbar schon. Ach komm schon. Das ist jetzt aber nicht nett von dir gewesen. Da gebe ich dir aber wirklich hundertprozentig recht. Und es war wirklich keine Absicht, Marcel. Da ist alles gelogen. Ne, wirklich. Es war keine Absicht. Wenn du meinen Gesichtsausdruck gesehen hättest, als ich dir gemacht habe, wüsstest du auch, dass es definitiv keine Absicht war. Erstmal worden. Zum Beruhigen. War ja kein Panther, den ich dir da gestiert habe. Das wäre einer geworden. Ja. Was jetzt? Haben nur viel gelebt. Ja und? Ich habe mir die auch sparen können. Aufspann das, ob die nichts machen, als ob sie sich einfach so wehrlos ergeben, wenn du angang kommst. Natürlich, ich bin ein Lokimane, bin ich unsichtbar, können die gar nichts mehr machen. Warte, ich habe mal Schlitzschlitz. Siehst du? You rocked. Der ist erkannt. Ja. 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 Gut da Ich bin doppelt. Pentakill! Ja, 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 ja. Nee, leider nicht. Schade. Hätte er mich nicht... Hätte er mich nicht... Hätte er mich nicht angegriffen, wäre er tot. Nee, hätte er seine Ulti nicht gemacht, dann hätte ich ihn getötet. Das stimmt. Hat er aber. Hat er. Bitter. Ja. Activate the platform! Oh Gott. Oh nein, nein, nein! Ich dachte, ihr habt den Affen getötet. Ich war tot. Ja, ich jetzt auch. I thought the ape was dead. Aber jetzt lebs ja wieder. Schön. Chat! Komm nicht hinter ihn! Komm nicht! Mach deinen Wennisch! Mach deinen Wennisch! Oh! Oh mein! Oh mein! Wie? Äh, die Dings. Die Puppe. Ernsthaft? Ja. Hast du einen Erfolg dafür bekommen? Die hab ich schon. Oh ja, dann. Ich hab schon mal damit eingetötet. Aber der hat ja so wenig Leben und beim Explodieren macht's ja ein bisschen Schaden. Naja. Ich hab grad einen Erfolg bekommen. Auf welcher Seite stehst du? Ich töte als Hell zweimal den selben Gegner. Einmal in heiler Haltung und einmal in dunkler Haltung. Schade. Ja. Uldi nicht bereit. Unsichtbarkeit auch nicht bereit. Aber da waren ja zwei noch, ne? Kyron und noch irgendeiner. Ne, nur noch Kyron. Achso. Ich dachte da waren noch zwei. Also ich dachte insgesamt waren da drei. Ich glaube nur noch Kyron. Achso. Hm. Schade. Ja. Das ist ein Wort. Ups. Oh Gott. Da fliegt ja einer. Oh, er hat nicht einmal getroffen. Oh, ärgerlich. Oh, die mit ihrem Scheiß. Tauer ey. Aua. Hä? Ich hab nicht gesehen, dass er... Oh, ich hätte ihn getötet. Aukwang ist eigentlich richtig kacke. Er macht nur Kills mit seiner Ulti. So. Minions! Da sind sie ja. Boah. Alter. Nee. Sehr gut. Ähm. The tower has to be go away. Können die den jetzt kaputt machen? Hm. Was? Die Puppe? Den Tower? Nee, die Puppe. Ob die kaputt gemacht werden kann? Hm. Ich dachte ich wüsste. Oder ist die einfach nur so schnell weg? Ich... Das ist ne sehr gute Frage. Sch, sch, sch. Komm mal nur zurück. Nein! Toll. Was ne Fotze. Alter, du Fotze. Sag ich doch. He, 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 he. He, he, he. Sind's ehrlich? Warum stehen wir eigentlich dieses Spiel nur vor Toweren rum? du fotze alter das war pure absicht wo hast du mit deinem sorry auch nicht mehr kommen mehr hey na endlich da kann ich auch nichts mehr heilen hallo wo willst du denn hin nicht mal alle items gekauft enttäuschend ich habe auch nur drei glaube ich folgen davon war 1 starter item richtig bitter richtig bitter stimme ich dir zu naja machst du nix level 18 neue battle points booster ich habe gerade mal 8000 damage echt ich habe 18 aber du hast mehr als gewusst wie moment du hast sieben kills ja ja da war einer ein bisschen den stil glaube ich oder ne die kills die ich gemacht habe die habe ich mir auch die habe ich mir erarbeitet bitte ja so nicht mein freund na klar ja das das ich